Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von heute mit dem MAN NG Z43 M18. Ich habe versucht die Matrix einzustellen, aber hat nicht funktioniert. Auf der Linie 24 M18. Das neue S-Link mit dem Gelenk. Ich muss nur vorne einsteigen. In 4,6 Minuten. Ja, wir machen uns so. Oh, jetzt schlagen die auch hinten ein. Okay. 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 Das sieht so aus. Okay. 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 Marco Mannenstraße Wir bitten Sie älteren oder behinderten Fahrgästen sowie Personen mit kleinen Kindern die Sitzplätze zu überlassen. Ja, das ist ein Rucks. Da sind Sie mal. Aber ich habe noch nicht die Sitzplätze vorgebracht. Hallo, einsteigend, da hört man grüßen weiter. Vielleicht sollte ich nicht schnell, dass es nachher laut scheint. Für mich bin ich hier schön. Ich würde euch nicht kratzen. Ich würde euch nicht fahren, aber ich würde euch nicht schauen. So ein Geist am Schmühlen Guck der Laufstunde Die Bahn hat er mit den NB-Zerkreiber Zwerchäckerweg, Kurzstreckengrenze, Umsteigung zur Linie 27a Ja, wenn ihr gerade so ein bisschen aufbruchst Ja, das ist ganz hart verfahren Ich denke, das ist nur 8 Jahre Einschränkungen Ja, der Matrix habe ich getestet, aber es sich gut auskennt mit diesem Matrix, ich kenne mich gar nicht aus. Ja, funktioniert nicht. Hallo, grün. Ja, ich kenne mich gar nicht aus. Oberfeld So, hier kommt hier. Das entspricht heute alles ein bisschen. Ja, auf Deutsch. War schon. Und hier sowieso keiner müssen. Anika Weg, umsteigen zur Linie 83a. Aha, es ist immer noch Anika Weg, aber umsteigen zur 86a. Ja, es ist immer noch ein Plastik. Ui, wie war denn das? Spargelfeldstraße Hoppala Das kann ja mal passieren Ich kann auch da mehr passen Hör richtig geil an der Sound Boah Honey wird nicht mehr gestiegen Mies Ziegelhofstraße Umsteigen zur Linie 95 E Umsteigen zur Linie 95 E Was ist das denn denn? Ja, weiter Ja, wackelt's euch nicht, Samo, oder? 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 Ja, wackelt's eigentlich, Samo, oder? Und jetzt kommt die Gelenkpuss. Wenn ich mir die Motor unterlasse, das Gelenkpuss, dann kommt die Gaufe. Dann kommt die Gelenkpuss. Sollte Neue S-Link in Station, bitte alle aussteigen. Deine S-Link in Station, bitte alle aussteigen. Deine S-Link in Station Wenn es euch gefallen hat, lässt es dann leichter und wenn es gut gelaufen ist, aber mit der Matrix-Anzeige könnt ihr mir auch was sagen. So sieht man das. Die sind eigentlich nach diesen Solo-Varianten gefangen, aber nach den Solos sind die Gelenke gefangen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und ciao.